Und dann willkommen zurück zu einer neuen Runde Yu-Gi-Oh! Pro, Death Pro Online. Ja, ihr seht's, ich hab ein Samurai-Deck, das gleich mit einer geilen Kombo anfangen könnte, wenn das so funktioniert. Äh, ja, wir spielen ein Tag-Duell, und zwar wieder mit... Squamato. Ja, herzlich willkommen von mir. Ähm, die Meldung da unten hab ich deswegen geschrieben, ähm, weil die letzten drei Versuche allesamt nach drei Minuten damit endeten, dass der Gegner, ähm, ja, einfach abgezischt ist. Und das, äh, ja, nervt dann. Ich hab noch nen Xi-En auf der Hand, den rufe ich aber nicht, den hebe ich mir lieber auf. Okay. Okay, mal schauen, was er dagegen macht. Hat der einmal einen Koffer mit dem Kopf auf die Tastatur gehauen, oder was? H, F, F, und, G, L, et, irgendwas. Ja. Oh. Hui! Sag mir bitte, dass du, dass du Tempel der Sechs auf der Hand hast. Ich weiß nicht, was ich auf der Hand habe. Naja, richtig. Woher auch? Und Elementar-Heldendeck? Ich wüsste das, wenn du nicht angefangen hättest, aber... Ja. Oh, klar. Oh, die Alten! Oh, schön! Ja? Sieht man nicht oft. Das lobe ich mir. Der Haken ist bloß, dass mein Großmeister dem Viech da überlegen ist. Ja, das wird, daran wird der auch gedacht haben. Aber der große Schuhkund... Oh. Oder so. Ja, oder so. Was hast du auf der Hand? Ähm... Das hier? Nice. Na komm. Das hier? Und soll ich ihm das Fusionstor arschen? Was hast du auf der Hand? Ich könnte ihm jetzt das Fusionstor arschen oder seine Verdeckte. Was hast du auf der Hand? Ja... Jaichi oder Zanji. Ach so. Jaichi. Oder... Oder... Oder Nisashi. Zerstör ihm seine Verdeckte-Karte, weil ich glaube nicht, dass sein Partner auch was mit Fusionstor anfangen kann. Okay. Ja, ich kann die offene eh nicht zerstören. Wieso nicht? Ich habe mich in den Infekten ertan. Zanji ist am Ende des Damage Steps, falls diese Karte angegriffen hat, zerstöre das Monster, das diese Karte angegriffen hat. Ach so. Dann zerstöre seine Verdeckte. Ja. Mache ich jetzt auch. Beschwören, bitte. Ja, also ich spiele mit einem legendären 6 Samurai-Deck und Skurmaton mit einem, äh, die 6 Samurai-Deck. Und wie gut sie sich ergänzen, werden wir jetzt gleich sehen. Voraussetzung, die tun im Gegensatz zu den drei Vorgängern, ja, kein Scheiß, mal nicht Rage quitten. Hm. Und ich überlege jetzt gerade, wie zum Geier, wie ihm sein Vydeck zerstören können. Ähm, mit Großmeister? Der überlebt den Kampf. Äh, der hat auch nur 2600 Attack? Ja, bloß retten, Unionsmonster, das Monster, das hier ausrüsten. Ah. Ach stimmt, da das Fusionsmonster dann auf dem Friedhof liegt, hat er dann eh 800 Attack. Union, aber ja. Äh, und da das Unionsmonster dann auf dem Friedhof liegt, hat er dann eh, äh, 800 Attack mehr. Genau. So, Barz, Barz. Und zack. Und G.N. semmelt rein. Genau. So, das könnte jetzt schnell gehen unter oben. Also entweder der legt, der feuert uns jetzt richtig was hin, oder das geht jetzt schnell. Ja. Wenn die ein Tag Team sind, dann sollte der uns jetzt gleich absolut Zero hindonnern können. Und wenn sie es nicht sind, dürften die nicht arg viel machen können. Nö. Und wenn der uns jetzt absolut Zero hindonnert, dann haben wir ein Problem. Okay, das sagt jetzt erstmal viel aus. Ja. Das auch? Mhm. Das sowieso? Ja. Vor allem, weil es nicht Goldsarkophag ist. Soll ich ihm das verbieten? Nein. Wir bauen einfach mal da... Sorry. Wir bauen einfach mal darauf, dass er innerhalb der zwei Züge down ist. Das wird er sicher sein. Come on. Macht der irgendwas, oder hängt jetzt mal mein Duell? Nein, nein, der hat irgendwas gemacht. Achso. Ja klar, er hat jetzt die... Na klar, er hat die Karte aus seinem ganzen Deck mit... Mit drei... Mit vier... Mit vier... Mit vier Karten rausgesucht. Das dauert natürlich ein wenig. Solange du oben einen Wartebalken hast, heißt das, der Gegner macht was. Aber wenn du keinen Wartebalken hast, dann hängt's Duell. Okay. So. Kannst du ihm was reinknüppeln? Ja. Dann tu das doch bitte. Aber erstmal will ich die verdeckte Karte dann loshaben. Denk dann, jetzt kann ja ich ihn nicht mehr angreifen, ne? Das weißt du. Ja, das weiß ich. Aber die anderen vier können es. Vier? Vier. Oh, schlimm. Und der hat natürlich eine Sechs gewürfelt. Ja. Sonst würde es ja keinen Spaß machen. Ach, scheiß auf, ich ruf den jetzt einfach. Puh. Ja, jetzt kann er ja keine... Eine andere Fallenkarte kann er ja jetzt nicht mehr aktivieren, ne? Ja. Er kann nur eine pro Zug spielen, solange Sheen auf dem Feld ist. Wofür sag ich eigentlich vorher, dass ich Ragequids nicht leiden kann? Naja, gut. Mal im Ernst. Die hätten eh nichts machen können. Das wäre nach dem Angriff vorbei gewesen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, kurzer Cut. Wir sehen uns im nächsten Duell. Ja. Why the hell? Das, äh... Hä? Du hast... Wie hat er GLHF geschrieben? Laut dem Chat? Du. Ich war's... Ich war's nicht. Du hast geschrieben, please don't rage quit. Ich war's aber nicht. Ja, aber du hast geschrieben, please don't rage quit, oder? Egal. Na, wie auch immer. Ja, also klar. Unsere Gegner hören zum einen Mal auf den schönen Namen Adamantis und einen, den wir schon ein paar Mal in der Leitung hatten, nämlich Abdullah123. Tja, und ihr wisst ja, was ich von Nixen-Rüstungsdecks halte. Ich hab da so leichte Paras. Was unter Umständen daran liegen könnte, dass wir mit Nixen-Rüstungsduellen grundsätzlich, äh, mit Nixen-Rüstungsdingern grundsätzlich verlieren, unsere Gegner aber grundsätzlich damit gewinnen. Frag mich nicht, warum das so ist. Das Gute ist jetzt, dass es ein Tag-Duell kann sein, dass das Deck von Abdullah, was weiß ich, ihm widerspricht. Mhm. Aber was zum Teufel hat ein Eisbarriere-Monstern Nixen-Rüstungsdecks zu suchen? Naja, Wasserstufe 7. Achso, ja, okay. So, kannst du ihm ein bisschen was, äh, hinknallen? Kann ich. Kannst du gleich das Level 7er Viech zerarschen? Das Level 7er Viech... Oh, kann ich tatsächlich. Dann tu das mit. Ah, das ist schon mal schön. Der kann sich nicht entscheiden. Ah, er macht nichts, okay. Doch, er überlegt gerade. Jetzt kann ich wieder. No Nuts. Denk dran, die nicht verschrecken. Nein, nein. Mit dem, was du jetzt tippen willst. Damit verschrecke ich ihn nicht, oder? Äh, eigentlich nicht. Ach, scheiße. Aber damit habe ich zugegeben, dass wir zusammengehören. Fix. Vielleicht peilt das nicht, oder? Denk, das wäre ein Bug. So, wie wir schon ein paar Bugs hatten. Ja. Egal. Jetzt hoffen wir erstmal, dass er da nichts Böses liegen hat. Müssen nicht mal was Böses sein. Mystischer Rantai-Fuhr wird reichen. Obwohl, Mystischer Rantai-Fuhr hätte uns unseren Tempel zerarscht. Mhm. Ups. Äh, wenn Spiegelkraft kommt, ist dann unser Großmeister eigentlich auch down? Nee. Okay, oder so. Und ich kriege noch eine Karte. Wie? Achso, ja, stimmt. Hat dir die Karte irgendwie geholfen? Äh, jetzt noch nicht, aber die könnte noch nützlich werden. Kannst du mir noch irgendeine Vorlage geben? Nicht? Nee, nur Monster auf der Hand. Also irgendwelche Karten noch? Okay, ich hab ein paar Zaubern gefallen. Ich werd jetzt also gleich eine Steilvorlage liefern. Sobald ich dran bin. Jetzt ist erstmal Abdullah dran. Wie gesagt, den Typ hat man schon ein paar Mal in der Leitung. Was hat er denn das letzte Mal gespielt? Das ist vielleicht eine interessantere Frage. Ich mein, das war der Typ in dem Simori-Deck. Ach nee, genau, das war der Typ mit dem Pflanzendeck. Mit schwarzer Garten und so weiter. Ah, gegen den hast du aber alleine gespielt in einem Duell, das du auch nicht aufgenommen hast. Ja. Hä? Achso, jetzt kommt der Spaß. Ui! Was kommt denn jetzt? Aber das hier alleine nützt ihn noch nichts. Der wird noch nicht mit unserem Großmeister fertig. Jetzt schon. Nein. Äh, nein. Ein Monster deines Gegners, das mit dem ausgerüsteten Monster kämpft, kann durch Kampf nicht zerstört werden. Und verliert nach der Schadensberechnung 600 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Und verliert nach der Schadensberechnung 600 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Ja, okay. Aber kann trotzdem nicht durch Kampf zerstört werden. Das heißt, er bleibt uns noch einen Zug erhalten, mehr brauche ich nicht. Okay. Ja, weil dann liegt der schwarze Shogun Sheen. Warte, du hast nicht zufällig 6er Angriff, 3-Wachschlag auf der Hand. Können. Ich enttäusche dich an der Ungarn, aber Shiena 2005. Jetzt gucken wir erstmal gleich. Ich weiß nämlich meine Hand nicht mehr genau auswendig. Das sollte uns jetzt zumindest... Was ist denn jetzt schon wieder warten? Nein. Das Duell läuft flüssig bei dir, oder? Ja. Weil mein Bildschirm schon wieder hängt. Und Skype gerade auch abspacken, nebenbei bemerkt. Sag mal. Naja, ihr werdet es gleich im Zeitraffer sehen, was da gerade passiert. Ja. Währenddessen muss ich hier irgendwie rumquatschen, um die Zeit zu überbrücken. Das habe ich festgestellt. Also wie gesagt, sobald sich das Programm wieder hat, seht ihr es im Zeitraffer, ich mache den Launcher dicht. So, vielleicht geht es jetzt gleich besser. Achso, den hast du vorher nicht dicht gemacht. Ja, vergessen. Und jetzt müsstet ihr gleich sehen... Ach ja, genau. Was da passiert ist. War jetzt nicht so spektakulär. So, du bist wieder dran jetzt, oder? Genau. Und jetzt zimmere ich gleich mal richtig rein. Hast du sechs Angriff, drei Fahrschlag auf der Hand? Oder wieso? Nein. Ach, na geil. Jetzt tut das Duell wieder dafür. Esku Amator aus der Skype-Konfi geflogen. Äh, nein, ich bin wieder da. Ah, gut, du bist wieder da. Aber gerade Eva hat sich kurz rausgehauen. Ich weiß. Na, bin... Ähm... So, ich habe jetzt erstmal Verbundenheit. Dann habe ich das hier. Das könnte praktisch werden. Ohr. Und jetzt könnte ich... Übrigens, wenn du mit der Karte seinen gefallenen Rosenengel wieder auf seine Hand zurückgibst, wird er stattdessen aus dem Spiel entfernt. Also das mal als Option im Hinterkopf behalten. Wer ruft denn jetzt an? So, okay. Okay, so okay. Oh, wo ist hier? Okay, alles klar. Alles klar, ciao. Okay, da bin ich wieder. Hat man irgendwas gehört durchs Mikro eigentlich, was passiert ist? Äh, ganz leise, nur dass du... Man hat nur gehört, dass du telefoniert hast. Und du hast natürlich nicht dran gedacht, nebenher weiter zu moderieren, oder? Äh, ich habe nur, äh, meine Monster gespielt und ja. Moderieren, hab ich gemeint. Achso, nee, das hab ich nicht. Okay, dann, äh, kurz nachgeliefert, sorry deswegen. Also, mit, äh, Carmon hat ja den Effekt, dass ich, äh, sein, ähm, Ding, seinen Dorn der Arctis zerstört hab. Und da ich jetzt dann zwei Sechsemoraimonzer kontrolliert hab, konnte ich den großen Shogun-Sheen, ähm, als Spezialbeschwung beschwören. Ach, sauber. Dann greif mal an. Ja, und jetzt zimmern wir mal rein. Sollte der jetzt irgendwas aktivieren, um Sheen zu zerstören, zerstörst du dir dessen, Carmon, okay? Jaja, bin ich blöd. Hat er nicht. Naja, dann kriegt er jetzt mit dem Großmeister eins in die Fresse. So, und ich hab jetzt noch, ähm, die Gerissenheit der Sechser-Samurai und die sechs Schriftrollen der Sechser-Samurai. Soll ich eins davon setzen? Gerissenheit nach was nochmal? Ähm, lege einen Sechser-Samurai-Monster auf den Friedhof und wähle dann eins im Friedhof und, äh, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Bringt grad beides nix. Okay. So, mal schauen, was unser Gegner macht. Adamantis. Schöner Name eigentlich. Mhm. Drachenherrscher? Shit. Der hat einfach ein Level-7-er-Deck, hab ich's Gefühl. Äh. Level-7-Wasser-Deck. Aha. Sekunde, ich lasse mir mal kurz anders hin. Und das könnt ihr jetzt gleich abtorten. Ja. Was soll's noch verdeckt eigentlich liegen? Ähm, die Sechstil-Beidhändigkeit, die uns gerade gar nichts bringt. Weil wir zu viele Monster auf dem Feld haben. Jo. Aber sie ist positiv. Sobald er uns eins zu unserer Monster zerstört, wirkt Verbundenheit. Stimmt auch wieder. Oder indem er den Großmeister angreift. Mhm. Mhm. Okay. 2,400 Attack. Damit kann er uns alles zerstören, außer Schuh und Schienen. Okay. Sieht doch eher nach einem Nixen-Rüstungs-Deck aus mit ein paar Verstärkungskarten. Sonst hätte er ja nicht Nixen-Rüstungssphäre im Deck. Fakt ist jedenfalls, wir kriegen jetzt ein Level-7er-Ixiz-Monster in die Fresse. Und ich glaube, ich weiß auch welches. Und das gefällt mir gerade ganz und gar nicht. Weil mal ganz abgesehen davon, dass dieses Exiz-Monster nervt, ist das auch fast unmöglich, klein zu kriegen. Ja. Gut, wahrscheinlich kriegen wir es klein, aber es würde uns wahrscheinlich einiges kosten, das Ding klein zu kriegen. So. Vorausgesetzt, unser Gegner macht mal irgendwas. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. So, Felix, hieß man, dass der Stufe 7 gibt es eigentlich gar nicht. Da gibt es den Drachossack. Big Eye. Großes Auge, Nummer 11. Ja, ansonsten gibt es eigentlich kaum nervige Stufe 7-Ixiz-Monster. Und eben das eine nervige Nixen-Rüstungsviech. Genau. Und was kommt? Nummer 11. Mist. Jetzt holt das sich erstmal eins von unseren Monstern. Darf ich mal raten, welches? Äh, nein, weil das weiß ich auch so. Das Gute ist, dass erlitt an Angriffspunkte. Ja. Trotzdem verliere ich unseren großen Schub und Schiene ungern. Jetzt bräuchte man so eine Karte wie Siegel des Besitzers. Mhm. Die müsste man für Matchduelle auf jeden Fall ins Side-Deck tun. Mhm. Okay. Fakt ist jedenfalls, egal welchen von beiden er angreift. Not a good idea. Ja. Abdullah, du bringst es auf den Punkt. Genau. Weil jetzt egal welchen von beiden er angreift, der jeweils andere ist, dann richtig mächtig. Oder halt beide, wenn er den Großmeister angreift. Mhm. Jetzt scheint er anscheinend gerade selber zu merken, was für eine Scheiße er sich da reingeritten hat. Ah, Abdullah hat es gepeilt. Oh, schau her. Einer, der mitdenkt. Dann schau mal, was Adamantis gepeilt. Mhm. Mhm. Ja, er hat es gepeilt. Und nicht angegriffen. Ach so, mit dem Großmeister hätte er mit Shou und Xi hätte eh nicht angreifen können. Stimmt ja, da war ja was. Doch, mit Xi Hän schon, aber mit Großes Auge nicht. Ja, stimmt ja. Trotzdem will ich Großes Auge so bald wie möglich vom Feld haben. Das ist nicht das Problem. Ich weiß, dass es nicht das Problem ist. Ich habe jetzt alles, was ich brauche, um den vom Feld zu haben. Dann mach da was. Dann mach was. Jaja. Denk dran, du darfst nur eine Zauberfallen-Karte aktivieren. Ach ja, stimmt, weil... Bisher habe ich noch keine aktiviert. Nein. Kann auch gerne laut mitzählen. Ach du Scheiße. Ah. Ist ja auch noch Spanier. Spanier. Ja, dann bringt die Warnungen natürlich nicht arg viel. Wahrscheinlich hat er selber gepeilt. So, Großes Auge fliegt weg. Kriegen wir denn eigentlich unseren Shou und Xi Hän wieder? Nur auf eine Art. Indem wir ihn zerstören. Ja. Schade. Oder er zerarscht uns den Angriff jetzt und dann kann ich Xi Hän durch Sechstil-Breithändigkeit wieder auf meine Hand nehmen. Also wenn jetzt irgendwas kommt wie Dimensionsgefängnis oder so. Mhm. Wow. Ich hoffe auf Dimensionsgefängnis. Das hatte ich auch noch nie. Mhm. Oh, schade. Naja, dafür kriege ich eine neue Karte. Gehen wir das Positive sehen. Oh. Und die Karte zähmelt rein. Die ich aber fast nicht setzen will. Spiegelkraft ist es. Mhm. Lass es bleiben. Die heben uns lieber auf. Ja. Noch eine Abyssphäre. Ja. Müssen wir leider... Ja, okay. Der hat einfach den Schaden abgewehrt damit. Reinzimmern. Ja, ich will den Angriff wiederholen. Hast du jetzt noch mit beiden angegriffen? Ja, mit dem Großmeister habe ich ja Xi Hän attackiert. Ah, stimmt ja. Da war was. Ja, da war was. Jetzt kommt erstmal das nächste Mixon-Rüstungs-Monster. Obwohl er zumindest sollte es kommen, wenn der Kick nicht annulliert worden wäre. So gesehen ist es vielleicht besser gewesen, nicht anzugreifen. Weil dann wäre sein Monster so regulär aus dem Spiel entfernt worden. Mhm. Naja, man kann ja nicht immer mitdenken. Wird schon nicht so schlimm sein. Mhm. Wenn er uns jetzt den Level-7-Monster hindonnert. Er kann uns fast unmöglich irgendetwas hindonnern, was wir nicht mit Musakani Makatama vernichten können. Ja, weil das einfach jeden Effekt lahmlegt. Ja. Und falls doch... Andere Monster zerstört. Und er kann... Er würde jetzt nichts zustande bringen, was ihm 2800 Attack aufwärts gibt. Nein, Entschuldigung. Er braucht ja sogar mehr. Er braucht 3200 Attack Standard mindestens. Und das kriegt er nicht hin. Wieso 3200? Weil ihm 400 abgezogen werden. Ach so, stimmt. Dann braucht er... Gunde und Linde? Ach so, Abis Gunde und Abis Linde. Ach stimmt, ja. Oh, ich dachte jetzt gerade schon irgendwie nordisch. Oh. Alter. Ich hatte jetzt gerade echt schon Schiss. Wieso nordisch? Die würden in das Dex zu dermaßen überhaupt nicht passen. Was? Die würden so dermaßen... Nee, weil Gunde und Linde nordische Namen dachte ich jetzt schon irgendwie... Hatte ich jetzt irgendwie gerade dunkel in Erinnerung, dass jetzt... Oder hatte ich jetzt irgendwie schon... You've failed! Ach so, die wollte er rufen. Ja, die bringt dir nicht viel, Kumpel. Was hat er dir eigentlich für einen Effekt gehabt? Äh, du kannst ein offenes Monster vom... Als Tribut anbieten, was ihm gar nichts bringt. Hä? Er will das Monster opfern. Äh, ich würde mal sagen... Ähm... Okay, darf er machen. Ja. Toll. Jetzt können wir unseren Sechserschlag aktivieren. Warte, was hast du alles auf der Hand? Ja, weiß ich jetzt nicht. Auswendig. Ach so. Warte, kommt gleich. Adamantis, du driffst es auf den Punkt. Der Zug war es nicht wert. So. Beende es einfach, okay? Ich hab die sechs Schriftrollen und, äh, Ding. Wie beende es einfach? Hast du einen Monster auf der Hand? Nein. Ach so. Oh, äh, ich hab ne Idee. Koppel das Unionsmonster ab. Greif dann mit beiden direkt an und aktivier dann die Schriftrollen. Dann müsste das gewesen sein. Stimmt. Eine Karte anketten. Nein, noch nicht. Erst wenn du angegriffen hast. Ja, oder? Ich könnte jetzt, ähm... Nein, greif mit beiden direkt an und dann die Schrift. Könnte da mal bitte einer nicht Rage quitten? Ja, okay. Aber wir sind uns ja einig, wir hätten ihn in diesem Zug down gehabt. Ja, klar. Es wäre absolut unmöglich, gewiss dagegen irgendwas zu machen. Trotzdem. Leute, Ragequit ist asozial. Kann man nicht anders sagen. So. Und nach diesem wunderbaren Moralappell sind wir auch schon wieder fertig für heute. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.